Hallo, ich bin Pia Schmidt und ich will mich erstmal für die Nominierung bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres bedanken. Und ich als Skifahrerin freue mich natürlich besonders über die Wahl, weil es ist ja jetzt nicht gerade einer der verbreitetsten Sportarten hier in unseren Breitengraden. Und zu meiner letzten Saison kann ich sagen, dass sie sehr aufregend war. Ich habe mich natürlich sehr über den Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft gefreut, aber was eigentlich viel aufregender war, war die Teilnahme beim Deutschen Olympischen Jugendlager in Sochi. Und das war auf jeden Fall ein sehr aufregendes und bewegendes Erlebnis, was ich auf jeden Fall immer in Erinnerung behalten werde.